Variable Turbinengeometrie Um die Effizienz des Turboladers weiter zu steigern und keine Abgasenergie ungenutzt an der Turbine vorbeizuleiten, wurde die Variable Turbinengeometrie, kurz VTG, entwickelt. Die drehbar gelagerten Leitschaufeln zwischen dem Spiralgehäuse und dem Turbinenrad verändern das Aufstauverhalten und damit die Leistung der Turbine. Durch das Schließen der Leitschaufeln simuliert die VTG eine kleine Turbine, die auch bei niedrigem Abgasangebot höhere Drehzahlen erreichen kann. Mit steigendem Abgasangebot und Erreichen der Drehzahl für den maximalen Ladedruck werden die Leitschaufeln geöffnet. Die Turbine vergrössert sich bis hin zur vollen Leistung, bei der die Leitschaufeln komplett geöffnet sind. Gegenüber der Bypass-Regelung nutzt die VTG die gesamte Abgasenergie, sodass der Wirkungsgrad des Turboladers und damit des Motors verbessert wird. Leistung, Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen werden so positiv beeinflusst.